hallo leute da bin ich mal wieder mit einem update video wie ihr sehen könnt hat sich am strand oder am wasserbereich einiges getan erstens ist meine bricklink order jetzt endlich angekommen also wie ihr sehen könnt hier die bricks sind schon da und ich habe auch noch ein bisschen weiter gebaut schon ihr seht ihr die habe ich auch noch bestellt solche dinger von denen meine hände sind total voller tinte oder mein inki ich weiß gar nicht ob ihr die stifte kennt jedenfalls ist ja irgendwie ausgelaufen keine ahnung wieso scheint runtergefallen zu sein wie egal trotzdem wie gesagt habe ich die teile gekauft noch ein 100 glaube ich 100 stück das sind jetzt hier etwa auf dem häufig 100 stück ist ja mal ganz nett zur zur einschätzung sieht eigentlich gar nicht so viel aus ist aber auch relativ meines achtens viel versuche dann die landschaft so detailliert zu machen wie hier weil hier sieht sie meines achtens wirklich ziemlich gut aus also auch für die allein für den abschnitt das ist jetzt leider etwas zerstört auch wenn ich finde ich ja letztlich gut war mit der technik hier so aber für den abschnitt habe ich ja wirklich also ordentlich lange gebraucht wirklich zehn minuten glaube ich weil es sieht aber auch wirklich sehr dicht und sehr gut aus mein interesse wäre eigentlich schreibt mir in die kommentare wie ihr das bis jetzt findet also diesen abschnitt bis jetzt das grau wird natürlich weg kommen das ist jetzt nur so einfach weil ich von den grauen teilen viel mehr habe einfach als untergrund weil der strand ist ja schon etwas hoch wie gesagt schreibt man wie es findet ich habe ja noch so ja also transparente steine reingemacht mehr hat sich auch wirklich sehr stark verändert ich habe das ganze wochenende eigentlich habe ich an diesem mehr verbracht ich habe wirklich ich habe erstens erst mal war das mehr was sie gesehen habe im update video dann habe ich noch mal ganz überarbeitet habe ich das gesamte lang bis etwa hier also ein kleiner stück hat gefehlt so eine so eine was welle ja so eine welle ich kann gerade die wörter nicht mehr so eine welle oder so ja zu nahm ja sich nicht so hoch aber trotzdem ist ja relativ geil aus aber ja ich habe es trotzdem wieder verworfen weil es einfach nicht so toll war das finde ich jetzt wesentlich besser sieht einfach mehr strandmäßig aus wie so kleinere wellen im strand ja so halt hier so dunkel was war ich ja jetzt transparent transparent ist das wort ja so ja wie gesagt hier schatten meine kommentare wie ihr es findet wäre wirklich sehr toll und danke fürs zuschauen sage ich mal abonnieren und so wenn ihr mehr wollt und mocks und so ja wie gesagt schreibt mir meine kommentare wie ihr das findet und ja dann sage ich